Du fragst dich, welche On-Page-SEO-Faktoren es eigentlich gibt und vielleicht auch, welcher davon der wichtigste ist? Dann gebe ich dir heute mal eine Antwort. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Mein Ziel ist es in diesem Jahr 1000 Websites bei der Suchmaschinenoptimierung zu helfen. Heute habe ich wieder 5 mitgebracht und wenn du auch mal dabei sein willst und individuelle Tipps zu deiner Website haben willst, dann geh auf den Link unten in der Beschreibung und reich deine Website ein. Es gibt eine kleine Warteliste. Ihr seht hier in dem Regal hinter mir die Kooperation mit T3N, die viele Leute auf dieses Format hier aufmerksam gemacht hat. Also ein freundliches Hallo aus Berlin an alle neuen Zuschauer. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr alle fleißig Seiten einreicht und vielleicht auch das Ganze einfach weiterleitet, den Aufruf an Freunde, Kollegen, Bekannte, die auch SEO-Hilfe gebrauchen können. Heute ist das Thema On-Page-Faktoren und ich habe mir da mal einen herausgesucht, von dem ich jetzt nach all den Checks, die ich in diesem Jahr schon gemacht habe, über 500 Stück, denke, dass er ein ganz guter Anfang ist oder ein ganz gutes Abbild von so einer Gesamtoptimierung sein kann. Wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich glaube, dass mit diesem Faktor es schon einige Korrelationen gibt, wie die SEOs immer so schön sagen und ich werde euch jetzt gleich mal anhand von fünf Beispielen zeigen, welchen Faktor ich denn meine. Legen wir mal los. So, und das erste Beispiel ist Priska Pasquare. Meine Güte, da weiß ich überhaupt gar nicht, was ich, ist das ein Name oder so mit dem Namen kann ich irgendwie, also Name von einer Person, offensichtlich ist es ein Name, ist das ein Vorname und ein Nachname. Ja, und wie ihr seht, ich versuche zu scrollen, seht ihr jetzt natürlich nicht, aber ich versuche zu scrollen. Was ihr seht, ist, es bewegt sich nichts. Also das war es jetzt hier schon. Diese ganze Seite besteht jetzt hier aus diesem Cookie-Hinweis, den klicken wir mal weg. Und dann dem Link zur Gallery, was eine Kategorie ist, die Exhibitions heißt. Dann hier diesem Hauptmenü, wo wir Shop, Artists, Exhibitions, News, Calendar, Future Talks, Blog und Info finden. Dann nochmal den Shop, hier unten nochmal News, Calendar und Info, Privacy. Also das ist wahrscheinlich eine Galerie. Und wir sehen jetzt hier links einen Blick in die Galerie mit einer Installation. Und hier rechts durchrollierende Kunstwerke. Und ja, hier könnt ihr euch schon vorstellen, Text ist hier sehr rar gesät und der Rest ist Code. Und ja, das führt uns auch schon zu dem Faktor, über den ich heute sprechen möchte. Das ist nämlich hier eines der, einer der Warnungen und zwar Versuche unnötigen Quellcode loszuwerden. Ich finde die Formulierung jetzt hier in der Write-Einzelseiten-Analyse, die ich gerne nutze, um mir so einen schnellen Überblick mal anhand der Startseite, die gecrawlt wird, über die On-Page-Faktoren zu verschaffen. Ich finde jetzt diese Formulierung nicht so optimal, weil natürlich kann es sein, dass man nicht viel Text benötigt für die Beantwortung einer Suchanfrage. Aber, und es muss auch nicht unbedingt sein, dass der Quelltext jetzt hier deswegen jetzt sozusagen aufgebläht ist. Wir sehen einfach, dass es hier jetzt ja wenig Text gab. Insofern gucken wir mal, wie hier das Verhältnis ist. 0% Content im Vergleich zu Code, also ein ganz bisschen Content haben wir ja gesehen, Bild und so weiter, aber es ist halt kein Text-Content gewesen. Und das zeigt uns schon ein Problem. Also 0% ist natürlich wirklich extrem und es wird extrem schwierig mit einer Seite, die gar kein Content hat, zu irgendwas in einer Text-Suchmaschine zu ranken. Und wenn wir dann hier sehen, auch Titel und Description sind quasi leer, ja, Description gibt es nicht und im Titel steht nur Home und dann wieder Priska Pasqua, also der Name der Galerie, soweit ich das verstanden habe. Dann kann das Ganze jetzt maximal zu diesem Namen in Google erscheinen und das war es dann schon, weil Google hat ja gar keine weiteren Informationen, was jetzt auf dieser Seite da noch irgendwie stattfinden soll. Also insofern ist das hier schon ein guter Hinweis, denn man muss sagen, ganz viele andere Dinge haben wir ja hier auch gesehen, ja. Description fehlt, Hauptüberschrift fehlt, Alternativtexte fehlen, Titel ist zu kurz oder könnte erweitert werden, viel JavaScript, Inline-CSS, also diese Text-to-Code-Ratio oder Content-to-Code-Ratio, die sich unter diesem Punkt hier versteckt, ist oft ein ganz guter Indikator. Für ganz viele andere SEO-Baustellen, zumindest was On-Page-Optimierung anbelangt. So und so schauen wir uns das jetzt eben auch auf anderen Seiten an, hier haben wir das zweite Beispiel, Capture the Show, wieder mit so einem Menü, was ich verbesserungswürdig finde, Home, About, Portfolio, Galleries, Blog, Kontakt, Impressum. Ähm, ich habe jetzt noch gar nicht verstanden, worum es hier überhaupt geht, schreib das doch mal hin. Ich sehe jetzt hier Festivals, das ist irgendwie so ein Slider, ähm, hier kann ich springen, was kommt hier noch so? Also Events, Porträts, Konzerte, ja, es ist immer ein Foto, also wahrscheinlich soll es ein Fotograf, ein Event-Fotograf sein, würde ich jetzt mal schätzen, könnte aber auch eine Event-Agentur sein. Also das hilft immer, wenn man es auch hinschreibt, ne? Und wir sehen jetzt, oder ihr seht es nicht, aber mein Finger, ähm, scrollt hier, verzweifelt über meine Maus und es passiert halt nichts. Das ist eben alles, was auf der Startseite zu finden ist, es gibt also gar keinen Text und damit ist es eben auch schwierig, bis auf jetzt hier vielleicht diese Slider-Überschriften, für Google zu verstehen, dass das jetzt hier ein Event-Fotograf ist. Vielleicht steht es im Titel drin, wir schauen mal gleich rein hier, was wir hier so feststellen. So, die Seite ist nicht komprimiert, keine Hauptüberschrift, persistente Verbindung ist so eine Performance-Sache, Author-ID ist nicht so dramatisch. Dann werden einige Dateien nicht mit HTTPS geladen, das kann also einen Warnhinweis geben, der Titel ist zu lang, viel JavaScript, Inline-CSS und so weiter, eine lange, lange Liste, bis wir dann hier irgendwann zu unnötigem Quelltext kommen. Hier sehen wir 1% Content zu Code-Ratio und wenn wir uns den Titel anschauen, dann haben wir schon festgestellt, er ist zu lang, ist jetzt hier auch auf Englisch. Capture the Show Music and Event-Fotographer from Vienna. Also Event-Fotographer Vienna könnte jetzt, geht schon in die Richtung, aber ich glaube auch, da macht es Sinn, vielleicht eher auf Deutsch zu schreiben, also Event-Fotograf Wien wäre dann dein Haupt-Keyword. Und auch die Description ist dann hier wiederum viel zu kurz, da steht quasi einfach nur das gleiche drin und auch Capture the Show, der Name, der muss nicht unbedingt in den Titel rein, denn dazu wird die Seite im Normalfall sowieso ranken oder kann im Zweifel nach hinten in den Titel. Das Haupt-Keyword Event-Fotograf Wien sollte nach vorne oder wenn es jetzt unbedingt Englisch sein soll, dann aber wahrscheinlich auch auseinandergeschrieben, Event-Lehrzeichen-Fotographer from Vienna. Ja, also ihr habt gesehen, eine ganze Reihe an Problemen gibt es hier und die Text-to-Code-Ratio hat uns hier wieder einen guten Indikator dafür gegeben, dass es hier eigentlich on-Page ziemlich drunter und drüber geht. Drittes Beispiel, Koki-Partys, ganz süße Seite, muss ich sagen, ganz hübsch gestaltet jetzt, geht jetzt hier irgendwie um Party-Deko, das kann man jetzt hier schon mal ablesen, Deko-Sets steht jetzt hier, Deko-Sets, Balance, Gelanden, Geburtstag, Hochzeit, also da geht es schon, das muss man sagen, oft bei Shops ist es ein bisschen einfacher, weil die Produkte halt natürlich schon die Benennung haben, wie sie eben gesucht werden, also auch da sehen wir immer wieder komische Kategorien, aber sowas wie Deko-Sets wird mit Sicherheit gesucht, Gelanden auch. Bei Geburtstag muss man natürlich gucken, ist jetzt so ein Kategoriebegriff, der sicherlich wieder optimierungsbedürftig ist, weil es ist ja Geburtstags-Deko oder Hochzeits-Deko, ist hoffentlich dann im Titel und so weiter entsprechend ausgeschrieben. Ja, aber auch hier, wir sehen schon, die Seite ist sehr visuell, es gibt so ein paar Teaser-Texte, aber mal so, was macht der Shop? Mal so ein Beschreibungstext zum Shop, was man ja auf vielen Startseiten sieht, der auch der Suchmaschine ein bisschen besser hilft, zu verstehen, worum es da geht vielleicht. Fehlt jetzt hier, auch das Menü war jetzt oben nur mit Shop und was hatten wir, nochmal kurz zurückgesprungen, nur Shop, Home, Shop, Blog. Ja, warum stehen hier nicht die Hauptkategorien bitte? Das ist auch für die Navigation, ja, wenn ich jetzt hier bei Deko-Sets bin, wie sieht dann die Navigation aus hier oben? Immer noch so. Und jetzt habe ich hier so eine Zwischennavigation, okay, aber warum ist das nicht gleich die Hauptnavigation? Ja, dann müsst ihr hier halt so einloggen, registrieren und so, das ist alles nicht so wichtig. Diese Hauptkategorien, die sollten hier im Hauptmenü vernünftig verlinkt sein oder mindestens, wenn man jetzt hier auf Shop geht, aufgeklappt werden als Aufklappmenü, sodass man dann da auch besser vorankommt. Okay, das nur so am Rande noch, aber auch hier sehen wir eine ganze Menge On-Page-Probleme, Hauptüberschrift fehlt, Überschrift in der falschen Reihenfolge, keine Alternativtexte, zu langer Titel, JavaScript, Inline-CSS, Inline-Java-Skript, sehr viele CSS-Dateien, also auch hier wieder Versuche, unnötigen Quellcode loszuwerden, war mein Stichwort. 3%, ja, also 97% des Quelltextes ist halt reine Code-Basis und nur 3% ist halt irgendwie Text, mit dem dann auch die Suchmaschine was anfangen kann, um es inhaltlich zu beurteilen. Das wird also nicht unbedingt dazu beitragen, dass der Shop jetzt besonders gut rankt. So, auch hier Cookie-Partys wieder als Name vorne, schiebt das nach hinten. Party-Gelanden und Party-Dekoration für jeden Anlass, soll das wahrscheinlich heißen, genau, sehen wir hier oben nochmal. Das finde ich schon ganz gut, aber würde ich halt nach vorne stellen und dann vielleicht bei Cookie-Partys, dann habt ihr das noch im Titel drin, ist aber nicht so schlimm, wenn der eigene Name abgeschnitten wird. Hier gibt es individuelle Party-Gelanden und Party-Dekorationen für jeden Anlass, egal ob Geburtstag, das ist schon ganz schön, weil hier ein paar Keywords genannt sind, so. Sorry, das musste ich mal kurz niesen. Ja, also da sehen wir schon auch hier eben eine ganze Menge so technischer Dinge, vor allem Quelltext aufräumen mit CSS und so weiter. Wir haben hier 39 Inline-CSS-Blöcke, 10 CSS-Dateien, ja, also das ist schon eine ganze Menge, 24 JavaScripts und 18 Inline-Javascript-Blöcke. Das kann man sicherlich alles ein bisschen aufräumen, um dann vielleicht auch die Page-Speed-Performance zu verbessern. So, das vierte Beispiel ist Grafik-Idee, Textilwerbung seit 1987. Die Seite sieht jetzt relativ basic aus, wir sehen auch hier wieder, bis auf diesen kurzen, wirklich sehr kurzen Einleitungstext mit zwei, drei Sätzen, gibt es keinen wirklichen Text, also auch da ist zu erwarten, dass uns die Text-Code-Ratio um die Ohren fliegt. Und auch hier finde ich es ein bisschen schade, dass jetzt über uns Impressum und Service so viel Platz im Menü einnehmen. Warum kommen hier nicht diese Leistungen hin? Das sind doch auch die spannenden Themen, nach denen gesucht wird. Klar, ich finde es jetzt hier irgendwo im Dokument, aber hier ist noch jede Menge Platz, im Zweifel kann man das auch ein bisschen kleiner schreiben. Und sowas wie über uns und so weiter, das muss nicht hier so prominent promotet werden im Menü. So, auch hier haben wir eine ganze Menge an Warnungen, 15 Stück, insgesamt 17 Hinweise, Reihenfolgen, Alternativtexte wieder, einige Elemente wieder nicht per HTTPS geladen, das führt dann gegebenenfalls im Browser zu Warnhinweisen, der Titel ist zu lang, die Description ist zu lang, auch hier viele JavaScript, Inline, CSS, also einfach der generelle Code nicht besonders aufgeräumt und das führt dann oft auch zu längeren Ladezeiten. Browser-Caching ist auch nicht aktiviert, das beschleunigt die Ladezeit auch, auch wenn man den Bildern eine Breite und eine Höhe vorgibt, dann kann der Browser das schneller vorbereiten und berechnen, außerdem schieben sich nicht irgendwelche Seitenelemente durch die Gegend und halt hier das Content-to-Code-Verhältnis bei 2%, also auch sehr, sehr mickrig. Aber das liegt sicherlich auch zum großen Teil daran, dass da wenig Text drauf ist. Der Titel, wir sehen schon hier, ja, wunderbar, auch ein schönes Beispiel, Keyword-Stuffing, so will man das natürlich nicht haben, sondern ihr habt ja für Siebdruck, Flock, Beflockung und so weiter, Transferdruck, einzelne Seiten, das heißt, da gehört das in den Titel, für die Startseite braucht ihr so einen Überbegriff, ja, Textildruckerei oder sowas in der Art, Frankfurt und dann passt das. Nicht alle eure Keywords hier in den Titel der Startseite reinpacken, das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Und macht auch keinen Sinn, so, Description ist auch sehr lang, gut, da muss man sagen, 300 Zeichen, das ist quasi zwischendurch mal die Empfehlung gewesen, da müsst ihr jetzt leider, habt ihr das jetzt mitgemacht vielleicht, seit der, die Google hatte das ja vorübergehend angepasst und dann doch wieder zurückgerollt, also da vielleicht nochmal ein bisschen kürzen, ansonsten wird es halt hier abgeschnitten. Gut, letztes Beispiel, Max Postulka, sorry, Rechtsanwalt, sehr, sehr klein hier das Rechtsanwalt. Auch hier im Menü geht es schon ein bisschen besser, Privatinsolvenz, Scheidung, Online-Scheidung, okay, was ist das? P-Konto, Fundschutzkonto, okay, könnte man auch ausschreiben. Ja, Start und über mich bin ich jetzt wieder kein großer Freund von, aber das, so zum Teil sind hier schon mal die großen Felder, die du bedienst genannt, aber hier gibt es irgendwie Darstellungsprobleme, also ich benutze jetzt hier den Chrome, Google Chrome auf Mac, hier die Suchlupe ist hier aus dem Header-Bereich rausgerutscht, wie gesagt, das Logo ist hier extrem klein, das Rechtsanwalt ist fast ein Sehtest, dann ist hier dein Header-Bild verrutscht, wenn ich jetzt hier anfange es zu scrollen, dann rutscht es hier so hoch, ich glaube, so sollte es dann aussehen, außer dass die Lupe vielleicht noch umgehört, also da ist irgendein Fehler, da musste man mit einem Webdesigner sprechen, dass der das mal hier, Chrome ist der beliebteste Browser, neben Firefox, die beiden tauschen sich so ein bisschen abgerade, aber Chrome hat Firefox überholt, also da sollte man schon gucken, vielleicht ist es jetzt eine Kombination mit Apple, die sicherlich jetzt auch nicht ganz exotisch ist, aber das hat auf jeden Fall mal der Webdesigner an, auch hier das Menü könnte man ja auch weiter links anfangen, um hier nicht zwei Zeilen zu erzwingen, ja, du siehst, es hüpft dann hier so komisch. So, ansonsten finde ich es schon ganz gut, Rechtsanwalt, versteht auch jeder, was das ist, bei Scheidung, Privatinsolvent und P-Konto, was denn dieses Pfändungsschutzkonto ist, weiß nicht, ob jetzt P-Konto schon so ein Keyword ist, vielleicht ist es so, mein Versprechen, das glückliche Gefühl, endlich wieder frei zu sein, finde ich auch super, dann haben wir hier auch ganz schöne Videos, die auch so ein bisschen so einen eigenen Style haben, finde ich auch ganz gut, also alles in allem schon gar nicht so schlecht, sicherlich könnte man jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Text drauf packen, auch ich bin immer der Meinung, bei so einem kleinen Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt, aber das klingt jetzt nicht nach einer großen Soziatät, aber wahrscheinlich bist du der Anwalt, hast du vielleicht noch eine Anwaltsgehilfe, ein, zwei Mitarbeiter oder wie auch immer, aber da kann man schon vieles zusammenführen, also gerade dieses Über-Mich, deine Startseite kann auch zu deinem Namen ranken, dann hast du ja zu Scheidung, Privatinsolvent und P-Konto auch nochmal einzelne Seiten, die sollten dann dazu ranken, also da kann man sicherlich die Über-Mich-Informationen hier auch nochmal mit drauf packen, vielleicht hier zwischen Proven Experts und den verschiedenen Leistungsbereichen, die du hier vorstellst und Antisas, die dann ja eigene Seiten haben, so, aber auch hier sehen wir halt, Quelltext einiges nicht so optimal, sogar viele, jetzt im Vergleich zu den anderen, viele gravierende Fehler, Head-Bereich ist irgendwie fehlerhaft, Titel ist gar nicht hinterlegt, das klingt natürlich komisch, vielleicht gibt es da auch ein Problem, weil der Head-Bereich kaputt ist, dann keine eindeutige URL für die nicht verschlüsselten Requests, also keine Weiterleitung definiert von HTTP auf HTTPS, das gleiche für WWW, also wenn jemand die URL mit WWW aufruft, wird auch nicht weitergeleitet, Canonical Tag übernimmt die Aufgabe auch nicht und die Überschriften sind in der falschen Einfolge, das finde ich immer nicht ganz so dramatisch, habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht, sicherlich ein guter Hygienefaktor, aber, ja, ob jetzt nun die ganz genau in der Richtung rüber schon sind, das ist nicht ganz unwichtig, wir nutzen das halt so als Konstrukt für uns, als Hilfsmittel für uns, um in die richtige Denkweise zu kommen, jetzt rein technisch oder rein so maschinentechnisch, das ist jetzt nicht so dramatisch, so, aber dann haben wir hier halt auch wieder die Gefahr, dass eben Warnmeldungen erscheinen, weil eben nicht alle Inhalte verschlüsselt geladen werden, gut, iFrame, muss man gucken, was das ist, wahrscheinlich dieses Proven-Expert-Ding, Sidemap, wenn die im Root-Verzeichnis liegt, muss sie nicht unbedingt in der Robots.txt hinterlegt sein, hilft aber, auch hier haben wir wieder Inline, CSS, JavaScript und so weiter und so fort und am Ende haben wir hier sogar auch nochmal W3C-Validator, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, kann man auch ein bisschen was ablesen und Content-Code-Ratio 1%, also ich glaube, hier ist gar nicht unbedingt so krass der fehlende Text, das war sicherlich jetzt am Ende die Seite mit dem meisten Text, dass hier kein Titel angegeben ist, ist natürlich dramatisch, also da muss mindestens Rechtsanwalt und dein Name stehen, Rechtsanwalt Postulka aus Düsseldorf, ja, so dass man Rechtsanwalt Düsseldorf als Keyword vielleicht, Rechtsanwalt Düsseldorf oder, ne, Rechtsanwalt in Düsseldorf, ich habe jetzt den Vornamen hier nicht gemerkt oder auch nicht gesehen, also das wäre so das Hauptkeyword für die Staatsseite und dann für die einzelnen Sachen wie Privatinsolvenz, Kontopfendung und so weiter, Scheidung, hast du ja einzelne Seiten, dann würde man da eben entsprechend Scheidungsanwalt oder Anwalt für Privat oder bei Privatinsolvenzen und so weiter als Titel nehmen. Hier sollte auf jeden Fall ein Titel hinterlegt werden, sonst baut sich den Google halt irgendwie selber zusammen, werden sie auch irgendwie machen, aber das ist dann vielleicht nicht unbedingt in deinem Interesse, wie sie da, zu welchem Ergebnis sie da kommen. Also ihr seht, auch in diesem Fall hat uns jetzt die geringe Content-to-Code-Ratio darauf hingewiesen, dass es jetzt hier On-Page-technisch einige Baustellen gibt, fast die meisten jetzt hier in Summe von allen Beispielen, obwohl jetzt vielleicht der Text am, die Seite mit dem meisten Text war, aber hier ist einfach im Quelltext, so die Arbeit, die man jetzt da machen kann, nicht richtig gut gemacht worden. Also da würde ich entweder den Webdesigner nochmal auf die Finger klopfen oder wenn du alles selber gebaut hast, vielleicht mal drüber nachzudenken, einen Webdesigner eben anzuheuern, der dann vielleicht den Quelltext ein bisschen besser strukturieren kann. So, und wenn du jetzt als Allernächstes deine Text-to-Code-Ratio checkst, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben und kommentiere mal unten rein, wie die aussieht und ob du vielleicht nachvollziehen kannst, dieses Muster, was ich beschrieben habe, oder ob du komplett sozusagen anderer Meinung bist. Ich freue mich auf jeden Fall über Kommentare und wenn wir in den Kommentaren ein bisschen diskutieren, das geht am besten bei Facebook, YouTube und Soundcloud für den Podcast. Ansonsten bin ich natürlich auch auf allen möglichen anderen Channels im Netz unterwegs, aber bei den drei Main Channels sozusagen versuche ich wirklich am regelmäßigsten mit reinzuschauen. Wenn du mal deine Website einreichen willst und auch ein paar Tipps haben möchtest von mir zur Suchmaschinenoptimierung deiner Website, dann reich sie doch ein, du findest unten in der Beschreibung einen Link, einfach draufklicken, Website eintragen und dann geht es schon los. Zero Driven gibt es Montag bis Freitag um 8.30 Uhr als Video und schon um 6.30 Uhr für alle Frühaufsteher als Podcast, vielleicht für den morgendlichen Jogginglauf oder für die Bahnfahrt zur Arbeit. Also schaut doch mal, was davon ihr abonnieren wollt, Facebook, YouTube oder den Podcast überall da, wo es Podcasts so gibt, vor allen Dingen natürlich bei iTunes oder zum Beispiel auch bei Soundcloud. Wir sehen uns morgen wieder, morgen ist wieder ein T3N SEO-Check, also jeden Mittwoch zusätzlich gibt es von mir auch noch einen kleinen Gastbeitrag über SEO zu einem, zu dem Mittwochsvideo sozusagen bei T3N.de. Also schaltet oder klickt euch auch da rein. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.